Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Imperium Galactic Survival. Letztes Mal machen wir einfach mal, tun wir mal so, als hätte es nicht stattgefunden. Aber trotzdem sind Coach Hippo und Xa wieder dabei. Hi. Hallo. Ja, und da wir noch nicht genug aufs Maul bekommen haben, wollen wir jetzt zum Spaceport. Ja, und wollen uns richtig aufs Maul hauen lassen. Ja, 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 ne, eben. Jetzt wollen wir mal, weißt du, das war ja alles nur Kindergarten bisher. Jetzt wollen wir mal so richtig vermögelt werden. Ja. Was läuft denn hier? Achso, Alien. Aber ein netter Alien, so. So, Spaceport. Ein netter Alien. Warum sehe ich denn, wie der Linksschwenk Marsch? Ich muss die Couch, äh, das Couch. Warte mal, habe ich noch die UI halb aus? Ja, habe ich noch. Ich hätte ja so ein bisschen, also vielleicht wäre es ganz intelligent gewesen, wenn ich irgendwie... Alter, ein Licht eingebauten, Alter. Da kommt ein grünes Zeug. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss ich noch habe. Das ist auch weg, ne? Das ist auch weg, ne? Das ist auch weg. Machen wir mal ein bisschen Platz, dann will ich ja auch noch hin. Meine? Ja, ich bin... Ne, die von, äh, Coach. Achso, ich bin auch, ich bin dezent, äh, aboniert aber auch. So, jetzt gehen wir rein, zusammen, gemeinsam. Ich bin gerade auf der Suche nach der Tür. Ja, die Tür ist hier drüben bei Couch, worauf schießt du da? Ja, okay, wir haben den Eingang. Wir haben den Eingang, ja, ich bin da. Ich habe auch einen Eingang. Ja. Vielleicht dürfen wir einen Xa wieder irgendwo raus operieren, ich sehe schon. Das war für ihn viel cooler, wo wir die ganzen Aliens da auf dem Balkon erledigen konnten. Wenn die uns jetzt hier so begegnen, haben wir... Äh, Vorsicht. Vorsicht. Äh, was? Äh, ne, doch, ne, ist, ist dahinter, was ist mit dem Schalter, was, was passiert denn da? So. Irgendwie nix, ne? Ich gucke mal die Große raus. Äh, das war gut. Da. Lass mal hier lang. Ja. Wo ist der Xa schon wieder hin? Ja weg. Kommst du mal hier hin jetzt, oder? Äh, warte, Kohl, geht dir auf die Tür, ne? Ne. Ja, warte mal, ich kann aber hier hin. Wir probieren. Warte mal, warte mal, warte mal, bleib mal, bleib mal, bleib mal, bleib mal, bleib mal, jetzt auch? Ähm. Ja, das weiß ich schon. Ja, das war wieder eine typische Wir-Aktion. Aber das hier irgendwie aufmachen? Ist das blaue? Brauchen wir auch nicht in die Richtung, weil, dann wird da nur euer Raumschiff stehen. Das ist... Nein, nein, nein. Dann müssen wir wohl nach unten. Wer hätte hier schon ganz da unten geschossen? Ich glaube, ich muss hoch, wenn ich das hier so höre. Also, ich habe hier mal ein paar Typen auseinandergenommen. Ah, Alter, wie, Alter! Wo kommt er denn her? Ja, von oben! So ein Fall-Tür-Loch-Dingsbums, da kam der einfach rausgewankt. Hat er gelootet? Hat jemand gelootet? Ich habe nicht gelootet, ne. Okay, dann mach ich das. Ja. Ja. Die sind überall die Schalter... Wo seid ihr jetzt? Ähm. Ähm. Wo seid ihr jetzt? Ähm. Wie, was? Ähm. Das ist der Schalter. Ähm. Wir müssen so hier durch die Tür, oder? Ja? Durch die blaue? Ja? Astral, ich bin gerade für die Tür. Jetzt bin ich unter der Basis. Oh, ich bin auch unter der Basis. Hi Hi Hippo. Hallo. Hallo. Aber von hier unten kann man super die restlichen Aliens ausschalten. Was ist denn das für ein... Bin ich wieder oben? Aber... Hinterm Alien. Warte mal. Kann ich von hier unten auch looten? Alter, ich habe noch 17. Äh, sicher. Äh, du musst einfach mit dem Chatpack hoch springen Hippo, dann bist du wieder oben. Jo, ich komme hier von unten an und alle sind in Lootcontainer dran, das ist gut. Soll ich den Kerne eben machen? Ja, lass den Scheiß nicht rumcheaten. Was ist mit der grünen Tür hier? Machen wir den mal auf. Oh. Oder ist das der grüne Schalter? Nö. Nö. Mach den mal auf. Wie viel braucht die denn? Äh, du... Also dein Plan mit dem Jetpack, der funktioniert verwegen. Doch, doch, dann so ein bisschen vor. Nicht nur einfach... Oh, hallo. Hi. Wir haben doch hier noch nicht alles. Lut, 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 Lut. Hier ist noch eine blaue Tür. Wir hätten noch eine blaue Tür. Auch hier, da ist noch ein... Äh, da ist schon einer. Ja, hier ist der Kern. Leute. Wo ist der Kern? Ja, ich entsorge den Kind. Du bist doch schon mal vorbeigelaufen, Koja. Hier, hinter. Achtung. Ach, Kern. Aua. Das ist doch wieder die Gitter. Die sind doch... Die Rolltour geht aber kaputt hier. Eben, das... Das meine ich doch, oder? Das Rolltour muss doch gehen. Aua. Ja, jetzt. Oh, da ist noch so ein Gitter. Ah, nee, jetzt ist er weg. Aber der Kern ist weg. Kern ist mit weg. Ja. Hinter euch, Selbstschlussanlage? Ja, gut, wenn man keinen Strom mehr hat. Ja, wenn man keinen Strom mehr hat, ist hier keinen Strom mehr. Deshalb tat so weh. Wisst du? Ich hab mich schon gewundert. Alter Schwede, ey. Ja, dann... Flows abbauen, ne? Schauen wir mal, was die Basis noch so hat. Zurück zur Basis. Ich hab's oft reparieren. Das ist natürlich doof, wenn ich was... Oh, äh, in der Tat. Etwas, ja. Es gibt jetzt nicht ganz so viel her, aber... Das ist so, der Megaloot war jetzt hier auch nicht dabei, ne? Mhm. Dann machen wir noch die... Machen wir noch die Spaces. Äh, Ksar? 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 Zu mir. Wo bist du? Äh, ja. Einer Tag werden auf diesem Fall flucht. Wo warst du denn? Ich hab dich doch gerade noch gesehen hier. Ja, 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 ja. Ach da. Wir mal hier links rein, bitte. Ich hab hier was abgebaut. Da sind Kupferbarren rausgefallen. Ich kann die nicht mehr tragen. Hm? Was? Hier ist doch nichts. Hier, wo ich bin. Wo bist du? Du bist doch gerade an mir vorbei! Da. Hier. Danke. Ist auch immer sehr schön. Wo bist du? Hier. 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 Du bist doch da gerade zwei Mal schon vorbeigelaufen. Das ist eine meiner Lieblingssachen einfach. Ja. Ja, aber hier bist du nicht. Ja, aber ich bin ja hier. Ja, aber hier ist nichts. Magen-Tabletten, ne? Das brauchen wir ab und an bei uns. Ja, aber ich hab auch so ne Packung Bier. Also ich hab keine Süßigkeiten. Ich esse Magentabletten. Hier oben sind auch Glasfasern, die ich nie aufheben kann. Weil ich mich total überladen kann. Ja, so nach Weihnachten und so, weißt du. Kann man auch durchaus mal Magen-Tabletten brauchen. Quatsch, stehst du hier, Coach, und starrst die Wand an? Ne, ich hab gerade abgeladen. Da geht der Coach mal wieder die Antennen klauen. Tuck. Eben, Koja, denk dran, wenn du jetzt in deinem Eifahrer gerade zugange bist. Das Rote ist unser Raumschiff, ne? Das Rote. Ja, kann sein. Ja, das hätt ich eben auch schon fast, äh, wie soll ich sagen. Das bisschen Raumschiff. Weißt du, der, der, der Coach hat seins eh schon so zugerichtet. Weil ich mich todesmutig in die Schussbahn geschmissen habe. Oh, ich. Man kann das auch todesmutig nennen, ja. Todesdämlich. Weißt du, der Konstruktor ist voll. Ja, die Dings auch. Die, die Frachtboxen 1 bis 4 sind glaube ich auch voll. Die macht Witze. Nö. Ne, 4 muss nur noch Platz sein. 4 habe ich einen Treibstofftank gelootet. 4 habe ich gerade ziemlich voll gemacht, also. Achso. Ja, das ist aber schade. Wie ist denn das jetzt? Man könnte jetzt hier nicht irgendwie anbauen, umbauen, das Ganze für sich nutzen, oder? Also früher, früher ging das. Da konntest du das Ding dann umbasteln. Aber, aber jetzt halt nicht mehr, wo man den Ding, wo man das Ding nicht setzen kann. Diesen Block. Ne? Diesen. Weiß nicht, ob das vielleicht ein Bug ist. Normalerweise ging das. Dann konntest du deinen Kern reinbasteln. Und dann konntest du die, wenn du nicht alle Geschütze weggeschossen hattest. Dann haben die halt für dich gearbeitet. Ja, dann war das halt quasi deine Basis. Genau. Hm. Könnte es daran liegen, dass wir schon eine Basis als Tribe haben? Das einer ausmüssen? Ne, du kannst so viele Lebererzen haben, wie du lustig bist. Okay. Okay. Ja, wollen wir das Ding, andere Dinge auch noch machen? Oh, jetzt ist endlich mal wieder Tag. Dann kann es auch wieder pissen. Wunderbar. Ja, ne, klar, kann man machen. Dann gehen wir noch zum anderen. Komm ich jetzt wieder hoch? Ich bin abfahrbereit, Xavi. Wie sieht es bei dir so aus? Moment. So. Ja. Bisschen habe ich noch aber Munition. Ja, ein bisschen habe ich noch. Achso, ja, das sollte ich vielleicht auch noch mal reingucken. Äh, Munitionskiste. Oh ja. Muss. Muss. Muss gehen. So, das war Spaceport. Dann schauen wir uns jetzt noch das... Ne? Warum? Fortress sagen oder? Ja, ja, komm. Moment, ja, so ein Seitetrip. Schrift. Hast du immer noch nicht gesessen? Nein, ich habe doch gesagt, Moment. Das war vor fünf Minuten. Ja, Moment heißt mindestens eine Stunde. Ja, zum Fortress hätte ich jetzt gesagt. Oh ja, okay. Haben wir die Raumschiffe gerade repariert? Nach der Aktion hier? Ja, ich habe meins gerade... Meins auch? Du bist doch gar nicht getroffen worden. Ich, äh... Was halte ich für eine... Was halte ich für eine böse Lüge? Sekunde, ich muss das gerade mal... Hippo. Boah. Du machst witzig sein. Du bist immer noch nicht fertig? Nein! Ich sage schon, wenn ich mich hingesetzt habe. Was tut der Kerl? Ja, ihr schmeißt einfach Kunderboot alles in die Kisten rein und meckert, dass kein Platz ist. Dabei kann man das alles wunderbar zusammen stacken. Ja, aber das macht ja auch... Wir sind auch noch zwei Kisten leer gewesen. Das macht ja automatisch, wenn du das mit Shift und Ding am Haus hast. Ah, ist ganz fliegen. Dann pack dir das doch zusammen. Ja, genau. Ja, schon. Aber wenn du, sagen wir mal, jetzt Metallplatten hast und du fünf Metallplatten in die eine Kiste, zehn in die andere und 15 in die andere schmeißt, dann hast du drei oder vier Plätze belegt mit einem und dem selben Zeug. Da hat er ja recht. Da hat er ja recht. Ja, da hat er ja auch recht. Aber das wäre jetzt auch viel zu lange, wenn wir alle sortieren würden. Ja, nein, du schmeißt einfach alle Materialien in den Fabrikator und alles was schon fertig gebaut ist, verteilst du über die Kästen. Oh, 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 oh. Ja, auch das kann ja doppelt sein. Oh, 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 oh. Also, hier ist Fortress. Oh, Coach wird schon beballert, sehe ich gerade. Haben die ein bisschen Reichweite? Kann das sein? Ja, die haben noch Reichweite ja. Alter! Das sind die Laser oder... Alter! Ja, das sind die Pulslaser, die die haben. Kall, 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 Kall hab ich nicht. Wir hätten getroffen, was haben. Ja, dann geh runter oder die Entdeckung oder... Ich hab mich wieder verzogen. Alter, das ist wie viel das sind. Direkt dahinter ist die Dronebase. Dahinter ist die Dronebase. Alter, ich muss weg. Ciao. Ich hab einen, einen hab' ich, einen hab' ich, einen hab' ich. Oh, ey, die Dronebase, ich bin hier auch grade. Mhm. Das ist so ein bisschen schade, man kriegt... Man kriegt ein bisschen wenig... Also, einen Geschütz hab' ich weg. Der Fortress schießt kaum noch. Ja, kaum noch? Aber die Dronebase... Das Fortress schießt nur noch mit einem Geschütz. Ja, nein, das Fortress hat noch mindestens zwei. So, die zweite ist auch weg. So, die zweite ist auch weg. Also, das Gro-Ampf des Feindfeuers kommt jetzt grade vom... Und, äh, also Fortress... Fortress ist jetzt weg. Jetzt muss... Oh, ich muss jetzt, ich muss jetzt erst mal... Oh, Alter, ich muss jetzt erst mal landen und reparieren. Und dann kann man noch das... Dann kann man noch die Dronebase machen. Ich flieg' mal zu grob Richtung Outpost. Ist da auf diese... Da ist so ne Fläche hier davor. So, da kommt zurück. Hab's doch mal ab! So... Ah... Hums. Alter! Aua! Also, ich bin jetzt auf der einen Seite von, äh... Fortress... Wir sind gelandet, Xa. Cool, du musst doch mal kurz aufsteigen mit dabei dir. Ich bin ausgestiegen. Ah, ja. Ich musste, da ist immer rein. Ich hab wieder... Was ist jetzt los? Ist jetzt einer drin? Ja, ich musste da rein. Bei dir war wieder Dauerton. Ach so. Ja. Also, ich bin auch... Was Munition angeht, an meinem Jäger bin ich auch blank. Ja, der hat noch hier... Hoher hat noch über 2.000 Schuss, wenn er den 5 hatte. Hm. Ja, ich hatte auch nur 3.000 Schuss. Ich hab jetzt echt gut kassiert hier. Ja. Koppeldöse gar nicht. Ich hatte auch einen Kotz verloren. Wo hab ich einen Kotz verloren? Ein Kotz verloren? Ja, in einem kleinen hier. Ach so, in so eine Schräge, ne? Ja, ja. Geh mal kurz ein bisschen hoch, Moment. Das ist das Problem. Also, ich glaube, hier ist nix nicht kaputt. Das Problem ist jetzt natürlich... Nein. ...dass die Drohnenbase von der einen Seite rüberschießen kann. Ja, die machen wir jetzt noch platt die Drohnenbase. Ach, die Fortress? Ja, aber die Drohnenbase zu Drohnenbase fliegen wir jetzt einfach noch mit dem Ratter Zong. Ja, jetzt einfach landen würde. Ja, ich hab keine Munition, ne? Ja, keine. Ich kann dir nicht mehr helfen. Ja, dann versuch ein bisschen abzulenken. Einfach, dass du die Schüsse auf dich ziehst. Dann kann ich ballern so lang. Okay? Bitte was? Ja, genau so wie ich das beim ersten gemacht habe. Wenn du fliegst, Coach. Permanent. Also, so wie ich das gesehen habe, nehmen die Geschütze immer denjenigen, die als nächstes ist. Dann gehst du relativ nah ran und fliegst die ganze Zeit im Kreis um die Basis. Dann wirst du kaum getroffen. Wenn du in Bewegung bist. Da ist ja einer rausgefallen bei euch aus dem Schiff. Ja, du bist tot. Ja, warte. Mach ich gleich. Ich muss eben meinen Rucksack nochmal wieder einpacken. Was ist mit dir? Was hast du denn gemacht? Couch. Ja. Ja. Du bist von der Throne-Base zu ballern worden. Ich stehe doch hier. Ich stehe doch hier. Man könnte sagen, es kam wieder das eine zum anderen und das andere zum einen. Und unterm Strich lage ich da tot. Couch, was ist denn jetzt hier los? Warte, warte. Lauf. Ich muss... Das sind noch ein paar Meter. Jetzt steig hier ein für Fluss. Ach, da ist noch ein kleines... Ach, hier so ein kleines Geschütz ist da noch. Ich lauf. Coach, komm mal die Throne-Base machen. Die ballert nämlich hier ganz ruhig. Hä? Hörst du mir zu, wenn ich was sage? Ja, da ist noch ein kleines Geschütz. Ja. Nein, ich habe gesagt, ich muss erst meinen Rucksack wieder einsammeln. Ich dachte, den hättest du jetzt schon längst. Das sind ja 100 Meter. Ja, unglaublich. Ja, natürlich. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich. Ich bin noch eine ewige Stiegel. Komm, ich mach da. Die schnappen wieder den Boden schneiden. Ja, oder so. Die Throne kommen, glaube ich. Das war... Ja, das ist ein Truppentransporter. Ja, aber eine Kanondrohne ist auch noch bei. Ja, eine Kanondrohne ist auch noch. Stimmt. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich flieg hier. Ja, ich seh's ja. So, jetzt versuch da in Bewegung zu bleiben. Dann kann ich versuchen. Ja, ich bin in Bewegung. Alter. So, Geschütz 1 ist weg. Ähm, die werden auf einer Seite beschossen hier, ne? So, jetzt kommt's. Man geht in Bewegung zu sein. Ja, ja. Boah, alter. Einlicher Truppentransporter! Der Truppentransporter setzt zur Landung an. Ja, da müsst ihr euch trocken an, wir zwei. Ja, schon nochmal. Womit denn? Mit eurer Muni. Oh, ich hab hinten auch ein Geschütz ausgeschaltet. So, Truppentransporter ist down, der erste oben. Also, die Fortress hat jetzt keine Außengeschütze mehr. Nee, die Fortress hat nix mehr. So, da ist auch noch ein Geschütz weg. Nicht jetzt hoch. Aber auch hier. Ich schieße die nicht mehr hier. Jetzt hat die Fortress nicht mehr. Alter. Was ist das? Was schießt ihr noch? Ja, hier ist eine Minigun-Drohne. Die fliegt um das Fortress rum. Wo? Ah, da, ich sehe sie. Okay. Down. So. War's das? Ja, ich hab alle Geschütze an der Drohnen-Base auch down. Alter. Puh. Alter Vater. So, ich repräsle mal kurz mal. Da ist eine neue Kanon-Drohne gespawnt. Was? Da ist eine neue Kanon-Drohne. Wichtig ist, dass die Geschütze wegkommt. Dass sie uns hier nicht arg irgendwie hier an die... Kanon-Drohne ist down. Mach mal, dass die Drohnen-Base fällt, oder? Dass er nicht ständig neue Schiffe nachspawn hat. Aber wer jetzt auch meine... Ja, das Problem ist, die Drohnen-Base hat so ein verbuggtes Geschütz drin. Und da werden wir jetzt nicht viel Spaß mit haben. Ach, Quatsch. Alles easy. Kämpft da einer von euch? Ja, ich hab gerade einen mit einer Rakete zerlegt. Ich bin nur so ein paar E-D, du. Lassack. Ja, wegen mir kann man auch dann das Fortress machen. Also mir ist das... Also ich stehe hier noch am Fortress. Ja, ich auch. Ich repariere gerade kurz an der Mühle hier. Ja, ich repariere mal eine ganz kurz. Ich muss mal das... Ich bin... Mein Cockpit ist quasi nicht mehr vorhanden. Geht's, Xa? Du klingst so ein bisschen leidend? Ja, so ein mega-alien-putzel. Ja, also... Ich hab gerade eine ganze Ladung an meinen Cockpit reingehauen. Ja, wo hat denn das Ding hier... einen Eingang, ey? Ich hab keine Schnauze mehr im Übrigen. Das wollte ich nur mal so gesagt. Ja, das ist halt... Das ist ja auch das... Nämlich das nächste Raumschöpfer sehen. Ja, aber wie sich... Aber es hat treu die Zieleleiste. Ja, der Pfarrfratzer. Aber warum ist sie schon... Warum hat denn das... Wie lang dauert denn so ein Ding zu reparieren? Games-Punkte? Witter rechts an der Ecke. Ja, jetzt. Ja, jetzt hat es 700 von 7. Keine Ahnung, ja, wie viel es hatte. Es hat wahrscheinlich nur noch einen von 700 oder so, mein Cockpit. Das kann gut sein. Ich hab da jetzt ewig dran gebaut. So, jetzt ist das hier... Hier ist ein... Oha! Oha! Was passiert? Was war das? Da war, da war, ich weiß nicht, war irgendein Alien, was was hat das Thema. Ja, der... Der... Ruhentransporter hat ein paar... Dings abgesetzt nach vorne. Wir waren abgeschossen, hat das... Gut. Bei, habe ich schon das verlegt, aber auch... Da muss ich halt... Also, Leute, wenn ihr mir jetzt sagt, wo die der Eingang ist, auf diesen Teile... Ich sehe hier Fensterfronten, aber... Ich kriege die mit... Ja, aber ich mach mal so ein Fenster kaputt. Geh noch schnell. Ja, nee, kriege ich mit mir normalen Munition kaputt. Da müsste Co ja versuchen. Ja, kann ich machen. Aber das mit dem Mini-Gerlzeit ballern kann. Kann ich machen, kann ich machen. Ich hab nur momentan so ein bisschen Steilprobleme mit dem Raumschiff. Feinst da auf. Ist auf. Ja. Ein Raumschiff bremst nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, weil du vorne keine Düse mehr hast. Ja, vorne die Düsen sind weg. Alter. Ich hab hier grad ein ganz anderes Problem. Ich bin hier gerade irgendwie in diese Basis reingepackt und stehe jetzt hier in so einem Gangen und... Keine Ahnung, wo es hier rausgeht. Joa, Gott. Da heißt der, wo backt sich immer irgendwelche Basen rein? Unten drunter, ja? Backe, Backe, Kuchen. Backe, Backe, Basis. So, ich bin jetzt in der Basis drin. Ja, Moment, ich komm sofort zu dir kurz. So, bin da. Ja, pass auf, da ist ein Porter, da vorne. Geht nicht, scheiß, ich hab' ich nicht kaputt. Ich sag, wir sind drin. Ja, ich komm. Ja, ich dachte, die hält nichts aus, aber... Also mit der Mini-Gang ging's hier recht. Ja, sieh mal schnell zu, dass ihr den Kern findet. Ich konnte hier gar nichts machen. Da vorne ist der Kern, da ist ein Geschütz. Ich hab nur den Kern, ich mach das. Warte mal, aber an den Kern komm ich nicht. Da sind diese unkaputtbaren Gitter außenrum. Aber hier ist doch so ein Rolltor hier vorne. Ist das ein... Aua. Aua, da ist noch so... Ja, ich mach das Ding. Da rein. Ah, ist das Rolltor, ja, okay. Hier ist das Rolltor, da kannst du kaputt. Da, wo die Schiffe stehen, ist ein Fenster von der Seite, ist ein Fenster auch. Ja, danke sein. Wollen wir hin? Ja, noch einmal, dann ist das Ding weg. Naja, ich musste grad mal... ... mich ein wenig zu leben. So, weg ist es. So. Hippo, du solltest jetzt rauskommen. Natürlich ist da schon wieder einer dran. Okay, ich weiß den Tisch hier. Äh. Ich glaube, hier ist schon alles gelootet, bevor wir... ...bevor wir drin waren. Der Kern ist raus, oder? Ja. Der Kern ist raus. Naja, den haben wir zerlegt. Das war diesmal schön simpel. Aber mein Schiff ist wirklich nicht mehr vorhanden, als die ganze Schnauze ist. Das ist echt böse, also. Muss ich mal so sagen. Das war halt aber auch echt fies, alleine gegen das... Das ist logisch. Dann machen wir die Tronebase jetzt aber auch noch. Jo, und... Ja, also ich hab keine Munition mehr, ne? Gar keine mehr. Also jetzt ja in deinem Schiff nicht, okay. Ja gut, und mein Schiff, mein Schiff hat quasi auch nix mehr vor, als, als Schutz vorm... Also vorm Cockpit ist einfach nix mehr. Ja gut, aber es ist ja jetzt auch nichts mehr, ne? Wir brauchen die Schiffe doch auch gar nicht mehr so unbedingt. Ja, da sind die Drohnen, aber die kriegen wir ja auch so weg. Ja, die kriegen wir auch so weg, schau. Ja. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja gut. Wir müssen halt den Eingang haben, ne? Ja, das kriegen wir schon hin. Also, das kann ich ja mal ballern. Dafür reicht mein Schiff noch. Dafür reicht mein Schiff noch. Es darf nur keine Gegenwehr mehr kriegen. Dann ist mein Schiff halt ganz schnell platt. Ja, Front ist nicht mehr da. Und ist einfach weg. Na dann. Ich tingle schon mal rüber. Ja, ja, tingle mal hin. Ja, ich tingle mit, warte, xa. Ja, ich muss mal ganz kurz, äh, muss mal ganz kurz noch rüberladen. Bleibt mal noch stehen mit dem Frachter. Also ich lasse, wir tinglen, glaube ich. Ja gut, ich nehme mein Schiff auf jeden Fall. Ja, das sind nur 200 Meter, warte, xa. Ja, ich muss ja eventuell ballern, darum brauche ich noch mein Schiff. Du bist ja nicht bestraft. Aber hier, guck mal, äh, die Drogenbase ist anders. Hier, da brauchst du keinen, bei uns brauchtest du doch hier, von wegen mit hoch und so. Hier ist, brauchst du hier nicht. Guck mal. Bei uns brauchtest du doch von wegen hier mit hoch und so. Naja, mit, mit Lift, aber das ist hier alles ein bisschen. Ja, mein, mein Schiff ist fast nicht mehr zu steuern. Ebenerdiger. Ja, das stimmt. Muss ich irgendwo ballern? Doch, nicht. So hängst du da so ein bisschen komisch. Ja, ich hab halt keinen... Ja, da haben Truppen, das... Ich hab halt... Ich hab halt keinen Schub zurück mehr. Alter. Ja, zurück ist auch was für Feiglinge. Ja, wenn du dann irgendwo da hängst. Alter. Oh, da fliegt ein Truppentransport durch die Gegend. Ich kann nicht mehr. Doch. Ich muss mein Schiff... Ich muss mein Schiff gleich aufgeben. Ich auf mich schießen. Das wird's auch aufgewaltig. Sonst noch irgendwo was? Nö. Okay, ich komm mal... Ich versuch mal da hinzukommen. Ich lande einfach mit dem Motor aus. So, gehen wir runter, Axa? Okay. Los geht's. Ja, passt auf das eine Gesch... Obwohl, das dürfte jetzt ja nicht mehr da sein. Ich hör was blingen, aber ich seh's noch nicht. Wo seid denn ihr? Gibt mal Status. Telefon, Rundlau. Ja, hier war ein Geschütz. Da ist noch eins. Okay, zwei Geschütze hab ich. Ich weiß nicht, ob hier noch eins ist. Ja, ist nicht. Das... Ja. Obwohl, alles. Dann kann man grad wieder hoch, wa? Hm. Hat jemand schon... Kern habt ihr noch nicht gesehen, irgendwo, ne? Nein. Okay, dann schauen wir mal. Nein. Hier ist auch laut. Oh, oh, oh. Fertig, Coach. Zuhne ohne. Zuhne. Oh, äh. Roten, bin ich halt scheiße. Okay. alter ich glaube es war alle wir sind zwar geschützt noch ein geschützt hinten in der ecke klauen ja das war das geschützte vor dir doch nicht geschlossen ja aber du warst mit der letzten kugel von dem schützt bist du gestorben 80.000 wieder irgendwas auf mich wollte gerade sagen irgendwas schießt hier gerade wieder was sind hier los wir waren auch geschützt in der ecke sind das sind für abgefahrene teile hier geht es noch mal runter kommt ihr mal zu uns also du bist jetzt um das liegt dir dein beutel schon wiederum kaut ja ich komme im coach ein beutel sofort mein beutel holt der coach ist ein tonbeutel wieder vergessen ok safe ok scheibe ist kaputt irgendetwas kunst hier gewaltig ja hier ist ein spawner irgendwo dahinter der tür guck mal dir auf das ist okay warte ich habe einen raketenwerfer geht mal kurz zur seite ja was ist das denn gewesen was war das denn tot mami tür achso ich dachte mami jup oh oh weg weg tot noch ein auch tot war noch zwei oder nicht hier ist noch eine türe ja ich mach auf drei sogar aber nur eingelootet habt ihr grüß auf oh geschützt hinten ja warte ich kümmere mich so hier stoppt mal kurz bleibt mal stehen kommt mal zurück müssen wir müssen wir folgen pausen machen wir sind schon wieder bei über 30 minuten dann sehen wir in der nächsten folge wieder räumen wir noch ein bisschen auf und ich würde sagen bis dahin, oder? Oder sind wir hier gleich fertig? Ja, komm, 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 ja. Ach, komm, gibt's halt noch eine lange. Gibt's halt noch eine lange. Es war ja gerade Weihnachten, weißt du? Genau. Oder andererseits, wenn wir das noch alles looten... Oh, hier ist ein lila Ding, das sollten wir uns merken. Ja, das wäre mir schon cool, wenn wir jetzt wissen, wo der Kern ist. Ja, also komm, dann machen wir nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut und ciao. Ciao.